Und da fliegt er wieder, der Lufthansa Airbus A380 und wir sind mit auf dem ersten Flug nach der Pandemie von München nach Osten mit dabei. Nach dem Dokumenten-Check ab zum Gate und gleich auf zum Boarding. Wie man sieht, wir fliegen in der Lufthansa Premium Economy, hatten wir die ganzen Jahre noch am Platz ein Wasser, die Decke und einer Manatee-Kit im Porsche-Design. Da kommt auch schon der Willkommens-Trink, fruchtig und frisch, passend zum Wetter heute. Auch die Speise- und Getränkekarte liegt am Platz. Führer für das Entertainment-System werden ebenfalls verteilt. Reiseflughöhe angekommen, erstmal in den Sitzlümmel. Los geht es mit einer Getränkerunde und Knabbereien, einen klassischen Mojito zum Einstieg. Auf einen guten Flug, weiter geht es mit dem heißen Tuch, Unterschied zur Business ist also schon noch da. Ach ja, am Gate gab es für jeden so ein Lebogenherz, gab es damals beim Erstflug der A350 von Lufthansa auch, waren wir übrigens dabei. Schon kommt das Essen, kann man eigentlich nichts sagen. Oder was meint ihr zur Lufthansa Premium Economy auf Langstrecke in diesem riesigen Flieger. Danach noch ein Drink und eine Schokolade und der Lufthansa-Teddy von Steiff aus dem Bordverkauf findet auch den Weg mit zu uns nach Hause. Ein bisschen Kind darf man ja bleiben. Kurz vor der Landung in Boston noch ein Imbiss und der geniale Flug ist auch schon wieder vorbei. Wie erstaunlich leise es war und das Interview mit der Crew, wie immer. Im ganzen Video bei uns auf YouTube.